Niko O, the One-Hand-Gamer. Name ist Programm. Flemmer. Findet Flemmer im Südmeerstützpunkt in 1000 Nadeln. Alter Schwede, ey. Oh, hier ist noch... Oh, ganz viele jetzt. Liefert die Schrie-Eis-Krygo-Kanone an Langnase in der versunkenen Ausgrabungsstätte in 1000 Nadeln. Okay, tötet fünf Piraten der Südmeer-Freibäuter in Südmeerstützpunkt. Ui, da kriegen wir einen schicken Ring. Bewegung, 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 Bewegung. Da oben war doch noch eine Quest, ne? Oder habe ich mich jetzt gerade eben verguckt? Doch, siehst du, sag ich doch, da ist noch eine. Genau, da. Sprecht mit Ritzneck-Spalthuf-Anhöhe in 1000 Nadeln. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Mal kurz nachkicken. Ach, du großer Gott. Okay, alles klar. Wir arbeiten mal alles nacheinander ab. Kümmern uns erstmal um die 1. Das ist Piraten, der Südmeer-Freibäuter töten. Okay. So, pass auf. Dafür rennen wir jetzt hier zum Wasser hin. Lass uns rein plumpsen. So. Und machen jetzt hier den. Benötigt Wasser-Oberfläche. Was weiß ich gerade, was ich gerade habe? So, nochmal. Benötigt Wasser-Oberfläche. Äh, hallo? Jetzt. Was ist das jetzt? Oh, 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 oh. Nein, das war nicht gut. Nochmal. So. Jetzt aber. Yeah. Ship, 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 ship. Tut, tut. Nein, das ist ein Zug. So. Okay. Ich muss da jetzt irgendwie... Ah, okay. Alles klar. Da muss ich links. Tut, tut. Das sieht ja auch sehr lustig aus, ne? Hier, oh, Schiff voller Gegner. Oh, mein Gott. So. Tralali, tralala. Der Nico ist da. Obacht. Was ist los hier? Ah, jetzt. Ich muss gar nicht sagen, wieso bockst du jetzt gerade nicht auf? Finde ich jetzt gar nicht nett. Oh. Uiuiui. Oh. Ne, kein Rahmop. Ich dachte schon. Hey. So. Dann wollen wir uns hier mal austoben, wa? Ja. Dann mal Toe. Nehmen wir uns erstmal hier die 3 zur Brust. Nicht gleich mal ganz zu viele, ne? Weil man weiß ja nie. Kann ja sein, dass hier irgendwas passiert. Und ich dann abkratze und meine Statistik voll über den Haufen schmeiße. Kannst du gleich mal ein Kanon hier kommen an? Jawohl. Eins von acht. Zwei von acht. Drei von acht. Vogel gleich mal platt gelegt. Huh, 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 huh. So. Freipot hier. Das geht echt schnell. So. Den. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen betrunken. Kann das sein? Ich schaukel so komisch. Ist ja putzig. Das war der. Jetzt kommt der. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Moment, oh, weia. Boom, baby. Vier von acht. Ja, ich bin ein bisschen betrunken hier. Ich, ich. Ich laufe nicht gerade. Ist eigentlich auch ein Bug. Dann so so ein Debuff. Ich habe einen Topodumpfer-Taurer-Helm. Äh, nö. Bin einfach nur betrunken. Wenn es weiter nichts ist. Kein Problem war. Ja, scheiße. Nein, den wollte ich haben, hier. Das geht hier alles locker floggy vom Hockey. Oh, weia. Ich, oh, 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 oh. Schaukel. Ziem von acht. So. Acht von acht. Und jetzt brauche ich noch einen von den Freibeutern. Ach ne, ich brauche noch zwei. Oh, Mensch. Ich bin außerhalb. So. Nu aber. Hier kann man gleich die Quest abgeben. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh Gott, das ist mir schwindlig. Übel. Okay, das war jetzt jedenfalls nicht hier. Ja, 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 ja. Kratz mal ab hier. So. Hoppla. Ähm. Okay. Ach, ich hätte... Oh. Seufz. Naja, was soll's. Oh, warte mal. Äh. Mitril. Oh, Mitril. Kann ich Mitril schon abbauen? Mal kurz gucken. Oh, jetzt darf ich hier bloß nicht vom Wolf runterfallen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Oh ja, kann ich schon abbauen. Geil. 118. Oh, hier abbiegen. So. Sammelt acht versunkene Schatzkästen. Pfff. Das heißt, wir sind jetzt hier durch, oder was? So. Ja. Erstmal. Okay. Was heißt erstmal? Also, wir sind jetzt hier irgendwie durch. Ähm. Moin, ich muss auch kurz eben gucken. Ähm. Ja, da laufe ich am besten so zurück, wie ich gekommen bin. Das passt dann schon. So. Hopp. Oh, oi. Schlagseite hier. Hoppla. Und. Yay. Wupp. Oh. Oh. Ey, das mache ich nicht. Ich... Oh. Krass. Übelst. Oh. Äh, ey, ey. Ich werde auch nur nach oben. So. Alter Verwalter. Krasse Sachlage. So. Okay, jetzt wieder... ...aufpacken. Ähm. Obwohl ich jetzt sowieso wieder abtauchen muss, aber trotzdem. Muss gerade aus der Freude. Äh, äh, äh. So. Ach, der Walhai liegt da immer noch. Scheint wohl lapsig zu sein. Gut, jetzt müssen wir hier die, die... Was müssen wir einfach... Äh, Schatzkisten. Genau. Schatzkisten. Und, oh Gott, bin ich betrunken, Alter. Ist das geil. So, Schatzkisten. Komm, komm, komm. Ich will nicht mehr betrunken sein. Betrunken sein ist doof. Schatzkisten Nummer 1. Mit einem Droiden hier wäre das richtig lustig, ne? Hier Wasser gestallt und ab geht dafür. So. Zwei. Äh. Oh, ich bin immer noch betrunken. Ey, wenn ich die rechte Maustaste nicht gedrückt habe, dann schwimmt er hier irgendwo hin, wo er gerade Bock drauf hat. Geil. So, pass auf, ich lasse mal los. Jetzt schwimmt er runter. Wieder rauf. Jawohl, Janis, klar, Alter. Mach mal, wie du denkst. Vier von acht. Da oben war noch einer. Ey, hallo. Ganz cool. Ganz cool bleiben. So, fünf von acht. Oh Gott. Ey, das war hier wohl echt eine Überdosis von irgendwas. Keine Ahnung. Alter Schwede. So. Zip. Ich muss... Na. Sechs von acht. Und... Da unten ist Nummer sieben. Äh, Nummer sieben. Oh, Bikini-Kampf. Okay. Den machen wir platt. Platt, platt, platt. Platter als platt. Ey, ey. Nein. So. Sieben von acht. Und ich glaube, mir geht es jetzt ein bisschen besser. Kann das sein? Äh, nein. Ich bin immer noch betrunken. Ich bin im Kampf. Wieso bin ich jetzt schon wieder... Oh, gleich zwei. Alles klar. Boah. Boah. Boah, noch eine Schatzdroh. Da hinten habe ich glaube ich gerade mal gesehen, oder? Ja. Habe ich doch richtig gesehen. So. Acht von acht. Jetzt muss ich wieder da hoch. Pfff. Was ist das denn für eine Logik? Ehrlich. Da werde ich ja nie mehr nüchtern. So. Und, 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 und. Wasser, Oberfläche, bin da. Boah. Pfff. Na gut, okay. Ich habe ja sowieso eine Tauchermaske dabei. Also von daher brauche ich nicht zu machen. Ist nicht nötig. Aber gut, dann kraxeln wir wieder hier hoch. Äh, äh, äh. Jetzt sind sie wieder alle weg hier. Das ist ja sehr interessant. Und ich bin immer noch betrunken. Da, 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 da. So, dann kämpfen wir uns mal hier direkt durch. Einfach durchlaufen. Und dann alles, was uns noch entgegenkommt, machen wir töten. Machen wir töten? Ja, genau, machen wir töten. So. Okay, die drei. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind. Äh, äh. 100, äh, scheiße. Okay. Alles klar. Ähm, ja. Abgeben. Was gibt es jetzt? Oh, wir dürfen... Okay, alles klar. Rücken, rücken, rücken. Ja, hier. Handgelenke. So, wen dürfen wir töten? Da hinten ist blau markiert. Da gehen wir mal hin. Ich hänge fest. So. Mal sehen, ob ich jetzt hier gerade richtig laufe. Äh, nein. Der ist unterirdisch. Der ist gerade ein bisschen dunkler unterlegt. Deswegen müsste ich mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie... Nee, hier tut sich nichts irgendwie... Oh. Oh. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Oh, Level up. Geil. 41. So. Okay. Ähm. Ich muss da jetzt irgendwie hinkommen. Aber wie? Der ist auf jeden Fall... Entweder ist er in einer Höhle drin. Oder der ist so unter mir quasi. Äh. Na. Gut, er will nicht. Alles klar. Gott, ich sehe nichts. Es ist alles so verschwommen hier. Bäh. Okay. Warte mal, warte mal, warte... Ah, warte mal. Mitreler jetzt auf jeden Fall erstmal mitnehmen. So. Der ist hier drunter. Der ist hier drunter. Jetzt weiß ich... Jetzt muss ich... Äh. Ach, Mann, ey. Ich habe keinen Bock auf Festlesen. Na ja, gut. Okay, was soll's. Ach. Äh. Hier vielleicht? Ne. Gut, machen wir den erstmal platt hier. Moment. Warte Sekunde. Sekunde. Moment. Moment. So. Also. Diese Schätze sind alle nicht echt. Aber die Knüppel im Unterschlupf werden den... Die Knüppler im Unterschlupf werden den Unterschied nicht erkennen. So blöd wie die Ogre sind. Ähm. Hier ist der Plan. Ihr begebt euch in den Admiralsunterschlupf und verteilt diese Schätze an alle Ogre, die euch über den Weg laufen. Dann müsst ihr euch nur noch um Toni Zweihau mal kümmern. So bekommt ihr den Schlüssel zum Käfig in Nullkommanichts. Cool. Äh. Ja. Da hinten ist der Höhleneingang, sehe ich gerade. I am in the falsche Richtung gelauft. Weißt du. Da ist der Höhleneingang. Oh, ich steck fest an der Fackel. Geil. Oh. Oh, du Scheiße. Die sind eh Elite. Warte. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Warte mal, den nehm ich nicht mit. Ja, warte, 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 warte. Oh. Oh, je, 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 je. Okay. Alles klar. Also. So. Ich muss nie ahnen. Ob ich hier das Gold verteilen war? Ah, Sackgasse. Das ist ja auch nicht nett. Oder komme ich da hinten noch längs? Ach nee, da hinten geht es ja noch weiter längs. Mensch. Pass auf, jetzt kommt der Knaller. Der steht in der Mitte... Ach nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen, jetzt steht er da oben. Uhaha. So. Okay. Rostiger Schlüssel. Werden wir den jetzt vielleicht mit einem Schatz beschmeißen? Mal sehen, ob das was bringt. Wir werden euch zeigen, warum der Schatz... Wie jetzt? Der versteckt sich. Okay. Ja, kommt her. Oh. Hä? Warte mal. Stopp. Machen wir das so. Stoff ist drauf rum hier. Ja. Ja, 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 ich weiß. Folge vorbei. Schon gut. So, rostiger Schlüssel. So, rostiger Schlüssel. Tatatatata. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder rauskommen. Ah, sieht doch noch sehr gut aus hier. Ja, sieht doch noch sehr gut aus hier. So. Ja, perfekt. Supi. So. Dann mal... Achso, wir müssen da hinten wieder rein. Okay. Das heißt, dass wir jetzt hier gleich nochmal kurz uns durchboxen müssen. So. So. Hier, den nehmen wir auch gleich mal mit. Guck mal her, hier. Ja, das ist sowas von krass hier. Ich sehe gar nichts mehr. Ich müsste jetzt in so eine Ausleuchtungszelle oder sowas in der Art. Och, Hilfe ist das krass. Ja, hier, der Käfig-Schlüssel. Bitteschön. Äh, den nehmen wir mit. Danke. Oh nein, der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen. Ich werde nie aus dem Käfig kommen. Was ist das denn hier? Geist von Toni 2... Ah, okay. Verfolgt. Sprecht mit, ähm... Ayamon-Geistrufer in Südmeerstützpunkt in 1000 Nadeln. Äh. Äh, okay. Wir bleiben aber mal hier stehen. Denn bevor die Folge noch länger wird. Oh. Übel, übel. Ja. Voll betrunken. Wir packen uns jetzt hier mal irgendwo hin. Äh. Ja, wohin, wohin, wohin. Hier zwischen... Genau, hier so hin. So. Nüchtern. Ja, versuchen wir mal ein bisschen auszunüchtern. Und in der Zeit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich dann nicht mehr so betrunken. Schaltet auch wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Und tschüss.